Erstmal herzlich willkommen hier in Oberhof zur Fraktionsklausur der AfD-Bundestagsfraktion. Wir haben ein Positionspapier erarbeitet, das wir Ihnen nachher gerne zukommen lassen. Und wir stellen Ihnen jetzt einfach mal ein paar Eckpunkte vor, wie wir dieser deutschlandweiten Misere begegnen können. Denn vielleicht einmal zum Grundsätzlichen, man hat mittlerweile das Gefühl, dass es dieser Regierung nicht schnell genug gehen kann, dieses Land platt zu machen und vor die Wand zu fahren. Es sind völlig irrsinnige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht und wir sehen von dieser Regierung überhaupt keine Lösungsperspektiven. Auch die CDU geriert sich als Oppositionsverweigerer und dementsprechend ist auch dort keine Lösung zu erwarten. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Deindustrialisierung Deutschlands sofort zu stoppen, sollten wir in der Regierungsverantwortung sein. Die Energiekosten sind deutlich zu hoch. Aus dem Grunde würden wir sofort das EEG kassieren. Wir würden dafür sorgen, dass eine Energiepolitik verantwortlich betrieben wird, die Technologie offen ist. Und dazu gehört natürlich zur Sofortmaßnahme, die bestehenden Kernkraftwerke, die anschaltbar sind, das sind nämlich die letzten, die abgeschaltet wurden, sofort wieder in Betrieb zu nehmen und neue Kernkraftwerke, auch mit neueren Technologien zu bauen, Stichwort Thoriumreaktoren etc. pp. Das wird alles nicht gemacht. Deutschland stützt sich auf Flatterstrom, auf die erneuerbaren Energien, wie sie so genannt werden. Das sind sie natürlich mitnichten, die immer noch einen einstelligen Prozentsatz des Energiemixes hier ausmachen. Und für diese völlig verrückt gewordene grüne Regierung ist es völlig in Ordnung, wie es der Vizekanzler und Wirtschafts- und Energieminister gesagt hat, der Kinderbuchautor Robert Habeck, dass es völlig in Ordnung ist, aus der Ukraine Strom auch mit zu importieren. Und dass es völlig in Ordnung ist für die Ukraine, dass sie ihre alten Atomkraftwerke am Laufen halten, weil sie seien ja schließlich O-Ton gebaut worden. Da frage ich mich wirklich, was dieser Wirtschafts- und Energieminister eigentlich im Sinn hat. Er schaltet die modernsten Kernkraftwerke ab in Deutschland und will andere hochgefährdete Meiler laufen lassen. So, das erstmal so zum Grundsatz. Das werden wir, sobald wir in der Regierungsverantwortung sind, abstellen. Denn wir brauchen einen vernünftigen Energiemix und natürlich die Kernkraft, die dazu gehört, um diese horrenden Energiekosten abzustellen und wieder zu senken. Denn wir preisen uns aus dem Markt heraus. Die Unternehmen heute leiden unter diesen Energiekosten. Und Sie müssen sich vorstellen, dass Energiekosten in der Wertschöpfungskette in jedem Produkt drinstecken. Darum werden alle Produkte teurer. Das wird ja auch selten verstanden, dieser Sachzusammenhang, dass das vielleicht auch etwas mit der Inflation zu tun hat, mit der wir uns heute konfrontiert sehen. Darum kann es nur so gehen, die Energiekosten zu senken, über einen vernünftigen Energieangebotsmix. Und wir werden auch weiteres tun. Wir werden dieses unsägliche Öl- und Gasheizungsverbot kassieren, und zwar sofort. Wir werden auch kassieren dieses völlig unnötige, politisch gemachte, ideologisch herbeigeführte Verbrennerverbot. Dieses Verbrennerverbot, gegen das sich ja niemand wehrt, das wurde fairerweise eingeführt von der EU in der letzten Legislatur, als Angela Merkel, die CDU, noch das Sagen hatte. Sie hat keinen Widerspruch im Deutschen Bundestag geäußert. Das waren nämlich nur wir als AfD-Fraktion. Ich erinnere an die Abstimmung im Jahr 2018 und auch unseren Antrag. Der Verbrenner oder das Verbrennerverbot schadet der deutschen Schlüsselautoindustrie asymmetrisch hoch. Es schädigt unsere Wirtschaft und die hohen Energiekosten nochmal addiert dazu Schaden der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland. Und dementsprechend sind alle Unternehmen, die produzierend tätig sind, gefährdet. Sie reagieren darauf, BASF, Bayer, WACA, Chemies, sehen wir alles. Es steht in den Zeitungen seit Jahr und Tag, dass diese Unternehmen, die übrigens Arbeitgeber von Hunderttausenden von Menschen sind, das Weite suchen. Das heißt, diese Arbeitsplätze werden in Deutschland wegfallen. Sie entstehen neu im Ausland. Und wer wirbt an? Ganz, ganz große Anwerbevorfahren. Die Volksrepublik China und vor allen Dingen an der Spitze die USA. Die davon natürlich absolut profitieren, über diese irrsinnige Energie- und Wirtschaftspolitik, die hier gefahren wird. Wir müssen die Kosten insgesamt senken. Das greift in die Steuerpolitik ein, um nur ein Beispiel zu nennen. Warum senken wir nicht die Grundsteuer? Warum schaffen wir nicht die CO2-Abgabe ab? Aber man muss sich auch vorstellen, jetzt gerade, wo die gesamten Energiekosten durch die Decke gehen und die gesamte Bepreisung für die Gesamtbevölkerung der deutschen Unternehmen, kommt diese Entschuldigung, ich muss das einfach so sagen, diese irrlichternde Bundesregierung von wirklich, die so grün und links ist, die FDP sollte sich im Grund und Boden schämen, dass sie der Steigbügelhalter für so eine grüne, linke Regierung ist, die wirklich nichts anderes zu tun hat, als dieses Land in Rekordgeschwindigkeit zerstören zu wollen. So, die kommen dann einfach dahin und wollen dieses Gesetz dort einführen. Und ich muss Ihnen sagen, das ist insgesamt so unverantwortlich. Diese CO2-Abgabe erhöht eklatant die Energiebepreisung, die Preise auf Sprit, auf Heizkosten, auf Strom, in einer Phase, wo die Energiepreise, Energie braucht jeder von uns, sowieso schon Rekordwerte hat. Also, was hat diese Bundesregierung eigentlich vor? Es geht hier nur um die Schädigung der deutschen Bevölkerung und der Unternehmen. Das war es erstmal von meiner Seite. Tino, ich übergebe eigentlich. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, als wir vor zwei Jahren noch weit vor dem Krieg in der Ukraine davon gesprochen haben, dass sich Deutschland gerade mit dieser Energiepolitik auf den Weg in die Deindustrialisierung macht, da wurde das als Verschwörungstheorie abgetan und als Angstmacherei. Mittlerweile erleben wir, dass selbst große Tageszeitungen, selbst von der Deindustrialisierung sprechen, mit der BDI-Chef ebenso bereits davor warnt, von einer toxischen Situation wird gesprochen. Und dann erlebe ich Herrn Scholz gestern in Meseberg und er tritt vor die Presse und spricht davon, dass die Preise sinken und freut sich darüber. Und da fragt man sich wirklich, in welcher Welt, in welcher Parallelwelt der Bundeskanzler eigentlich lebt. Wenn man die aktuellen Preise auch sieht, was gerade Strom- und auch Gaspreise angeht, dann muss man wirklich fragen, von was er eigentlich ausgeht. Aktueller Gaspreis, ich habe mir das auch heute extra nochmal angeguckt, bis zum 30. September, die Altverträge, die Kilowattstunde 5,3 Cent. Wir haben aktuell Angebote von 9,7 Cent, die Kilowattstunde Gas. Das ist ein Preiszuwachs von 81 Prozent, der noch kommt. Also wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Genau das Gleiche trifft auf Strom zu, wo wir im Jahr 2016 noch Kilowattpreise von 11 Cent die Kilowattstunde hatten. Mittlerweile sind wir bei 44, 45 Cent die Kilowattstunde, auch für die Industrie. Das bedeutet also einen Preisanstieg von über 200 Prozent. Und das ist vollkommen klar, dass sich natürlich dann die Großindustrie, auch die Industrie, was Glas angeht, was Stahl angeht, was Eisen angeht, die Keramik, das Land fluchtartig verlassen. Und das sind ja bereits mittlerweile über 40 Prozent, die auf gepackten Koffern stehen und dieses Land auch verlassen wollen. Was sind die Maßnahmen, die wir vorschlagen? Ganz konkret, weil wir ja aktuell auch sehen, dass die Bundesregierung sich dahingehend aushilft, diese Preise zu subventionieren, was im Prinzip linke Tasche, rechte Tasche bedeutet. Wir können aber mit unseren Maßnahmen, die wir schon immer gefordert haben, Frau Weidel hat es gesagt, die CO2-Abgabe sofort abschaffen, sofortige Erleichterungen und vor allen Dingen Kostenersparnisse für die Industrie, für den Mittelstand erzeugen. Wir wollen die Energiesteuer senken oder abschaffen. Auch das wäre eine Sofortmaßnahme, die man einführen könnte. Dann muss natürlich auch das Energieangebot ausgeweitet werden. Das geht durch Kernkraft, wie erwähnt wurde, aber natürlich auch um die sofortige Reparatur und wieder in Betriebnahme von Nord Stream. Das sind Milliardenbeträge, die natürlich vorhanden seien, wenn man sieht, wie zum Beispiel in der aktuellen Situation subventioniert wird. Wenn ich in die Chip-Industrie denke, 100 Milliarden in ein Werk in Magdeburg, 10 Milliarden in ein Werk in Dresden. Völlig unverhältnismäßig wird hier mit Steuergeld hantiert und die eigentliche Industrie, die ja aktuell zum Teil nicht produziert. Deswegen im Übrigen auch noch die Unternehmen, die in Kurzarbeit sind, die einfach aktuell nicht produzieren können, weil die Preise, wie gesagt, zu hoch sind. Also das sind diese Maßnahmen, die wir sofort fordern. Und die Ausgaben müssen natürlich auch dahingehend gesenkt werden, weil das natürlich das Kosten verursacht, in den Bereichen Migration, Klima und Entwicklungspolitik. Auch das verheerend, wie unser Sozialstaat durch die Migrationskrise gerade aktuell gefährdet wird. Zur Entlastung auch aktuell für die Pendler ist unser Vorschlag, auch das, was der ADAC schon seit Längerem fordert, ist die Erhöhung der Pendlerpauschale, die aktuell bei 30 Cent den Kilometer ist. Wir fordern eine Erhöhung auf 50 Cent ab dem ersten Kilometer, um sofort auch die Bürger zu entlasten, die täglich auf Arbeit fahren, die täglich für die Wertschöpfung in diesem Land beitragen. Das Migrationsthema, was ich kurz angesprochen habe, auch das natürlich eine verheerende Politik, die wir aktuell sehen. Frau Faeser interessiert sich dafür aktuell überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist sie mit dem Landtagswahlkampf in Hessen beschäftigt. Auch das geht völlig aus den Fugen mittlerweile. Immer mehr Landräte, egal welcher Partei im Übrigen, klagen darüber und sehen die Aufnahmefähigkeit komplett erschöpft. Die Kosten gehen ins Uferlose. Auch ich lade da Frau Faeser in meinem Wahlkreis ein nach Ludwigsdorf, so wie es im Übrigen auch schon der Ministerpräsident von Sachsen und auch der Landrat in Görlitz getan hat. Sie soll sich das bitte vor Ort anschauen, was da jeden Tag über die Grenze kommt. Es ist einfach nur noch Wahnsinn, was in diesem Land passiert. Die Bürger sind erschöpft, die Bundespolizei ist erschöpft und das kann auf diese Art und Weise so nicht weitergehen. Das wären Maßnahmen, wo man sofort sagt, hier kann man auch die Kosten senken, indem wir einen Grenzschutz einführen, der natürlich sofort diese illegale Migration abwendet, abweist, weiterführt. Natürlich muss auch ein Frontex aufgebaut werden auf europäischer Ebene, dass diese Migration überhaupt nicht erst nach Deutschland kommt. Also das sind diese Maßnahmen, die wir sofort fordern. Weitere Details, wie gesagt, können Sie dann gerne in unserem Papier entnehmen. Vielleicht noch ergänzend dazu, das ist Bestandteil der AfD-Programmatik. Wenn wir in der Regierungsverantwortung sind, werden sofort Sachleistungen für Migranten und Flüchtlinge eingeführt. Sie können und dürfen keine Geldleistung mehr beziehen. Das ist die erste Maßnahme. Dann, wie es Herr Kruppaller auch gesagt hat, effektive Grenzsicherung. Uns wurde damals erklärt, ach, die Grenzen sind zu groß, sie sind zu lang, vorwärts, rückwärts. Zu uns kommen nur Raketenwissenschaftler und Goldstücke und Fachkräfte. Das ist ja jetzt Jahre später mitnichten der Fall. Unsere Grenzen sind immer noch nicht gesichert. Plötzlich hat im Übrigen die CDU, die dort eine unsägliche Rolle spielt, das Thema für sich entdeckt. Früher, als ich noch Wahlkampf 2017 gemacht habe, vor dem Ersteinzug der AfD in den Deutschen Bundestag, habe ich genau das noch und nöcher gefordert und habe auch auf die Risiken hingewiesen, wenn wir nicht wissen, wer in unser Land kommt. Und damals wurde mir da noch entgegengehalten, vor allen Dingen von CDU-Vertretern, von allen Funktionären, warum, unsere Grenzen sind ja viel zu lang, die kann man gar nicht sichern. Was für ein Blödsinn. Die Bundespolizei stand damals schon bereit, sie hätte eingesetzt werden können. Und Frau Angela Merkel, unsere erste grüne Bundeskanzlerin, hat ja genau das per Dekret verhindert. So, und jetzt haben wir die Leute nun mal hier, in den Worten von Angela Merkel, jetzt sind sie nun mal da, das muss man sich mal vorstellen, wie unverantwortlich das ist. Und Merzel, Herr Merz, entdeckt plötzlich das Thema und kommt dann irgendwie so lasch daher mit, ach, jetzt müssen wir aber doch mal die Grenzen kontrollieren. Völliger, also völliger Irrsinn, was hier gemacht wird. Die CDU ist völlig unglaubwürdig geworden. Ich unterstreiche noch einmal, die CDU ist ein Oppositionsverweigerer und hat genau diesem Wahnsinn, der gerade möglich ist, Tür und Tor geöffnet. Und da komme ich auch mit zu diesem Einbürgerungsrecht. Wie kann man denn nach drei Jahren bei besonderen Integrationsleistungen darauf kommen, dass irgendwelche Leute hier eingebürgert werden können, die vielleicht gar nicht die deutsche Sprache beherrschen? Das, dieses Gesetz werden wir aber sofortig und ganz schnell rückgängig machen. Und ich kann Ihnen sagen, nur die AfD hat diesen Willen dazu, diese Einbürgerung sofortig zu stoppen. Das ist auch die CDU nicht. Und das ist, also ich muss wirklich sagen, das alles ist so unglaubwürdig geworden, aber es klopft eben auch der Wahlkampf in Ostdeutschland an, in Sachsen. Tino, haben wir das ja eben schon gesehen, Spitzenwerte für die AfD. Herr Kretschmann von der CDU hat ja sogar jetzt die Mehrheiten verloren für eine Koalitionsbildung. Und dann hier auch noch die Brandmauer-Diskussion zu führen, gegen die AfD Millionen von Wählern auszuschließen, das muss man sich mal vorstellen, ist zutiefst undemokratisch. Ich möchte das einfach noch einmal betonen. Die Brandmauer-Diskussion und per se Millionen von Wählern auszuschließen, ist undemokratisch und passt nicht in eine demokratisch geführte, pluralistische Gesellschaft, wo wir uns über Meinungen offen austauschen dürfen und auch müssen. Das ist unser Auftrag. Und man kann nicht dahin gehen und andere Meinungen per se verteufeln und diese Menschen ausschließen. Das ist Ausgrenzung und ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Vielleicht noch eins, wo wir gerade beim Grundgesetz sind. Wir fordern vor allen Dingen auch, steht auch mit bei unserem Sofortprogramm, endlich mal dieses ganze Corona-Maßnahmen- und Impfchaos aufzuarbeiten. Wo werden diese Leute, die das verbockt haben, eigentlich zur Verantwortung gezogen? Und man kann das doch gar nicht mehr leugnen. Wir haben so viele Impfnebenwirkungen, die jetzt zutage treten, geschädigte Leute. Das war ein Eingriff. Das war ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, die verfassungsrechtlich verankert ist. Und in dieser Situation, und da bin ich noch mal bei der FDP, die im Übrigen vor Einzug in den Deutschen Bundestag 2021 hat sie Wahlkampf gemacht gegen eine Impfpflicht. Und zack, sitzt sie in der Regierung. Ein paar Tage später war sie plötzlich dafür. Das muss man sich mal vorstellen, wie unlauter das ist. So, und auch Herr Lauterbach, auch Jens Spahn, die müssen Verantwortung übernehmen für das, was sie hier getan haben. Und darum kann ich Ihnen sagen, mit der AfD in der Regierung wird es niemals so etwas geben wie eine Impfpflicht. Niemals. Das würde uns niemals einfallen. Und wir sind für eine lückenlose, völlig unideologische Aufklärung von diesen Skandalen, die dort in der Vergangenheit passiert sind. Von den Drangsalen, wirklich, also von der Drangsal der Menschen, Ausgangsverbote, de facto Zwangsimpfungen. Das ist etwas, was auf den Tisch gehört. Und mit uns wird man das nicht aussitzen können. Ich bedanke mich herzlich. Auf so eine unqualifizierte Einlassung werden wir nicht antworten. Das wissen Sie aber auch selbst. Die Frage war ernsthaft gemeint. Umso schlimmer. Schlimm genug. Ich hatte zwei Fragen. Zum einen würde mich interessieren, also dass ein Positionspapier oder ein Sofortprogramm ohne Machbarkeit kommt, ist ja normal. Es sind noch zwei Jahre bis zur Bundestagswahl. Ich würde gerne wissen, wie konkret bei Ihnen vielleicht im Hintergrund gerade trotzdem schon gerechnet wird, was Sie jetzt erläutert haben. Das würde massive Umschichtungen im Haushalt bedeuten. Also die Frage ist, wo stehen Sie denn damit in zwei Jahren? Die zweite Frage, um den Blick so ein bisschen mehr in die Gegenwart zu holen, in ein paar Wochen sind die Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Womit rechnen Sie da? Wie sind da Ihre Erwartungen auch angesichts der aktuellen Umfragewerte? Grundvoraussetzung natürlich auch für unsere Arbeitspapiere. Und das ist auch die Prämisse, die wir jetzt natürlich hier in der Klausur an den Tag gelegt haben, ist natürlich auch die Funktionsfähigkeit unserer Arbeit in der Fraktion die nächsten Wochen und Monate. Also alle diese Punkte, die wir jetzt in diesem Positionspapier fordern, werden natürlich mit Anträgen auch im Bundestag gefüttert und natürlich auch dort ins Plenum eingebracht. Also für uns ist natürlich Hauptthema aktuell natürlich die wirtschaftliche Situation, aber auch die soziale Situation in diesem Land. Zur zweiten Frage, natürlich Grundvoraussetzung und auch für die Zukunft, was die nächste Bundestagswahl anginge, heißt natürlich, und das haben wir immer wieder gefordert, erstmal auch einen Kassensturz zu machen, damit wir wissen, was sind die Einnahmen konkret, was sind die Ausgaben, wo kann man sparen. Auch Einsparungen zum Beispiel, was Budgetierungen an die EU angeht, haben wir vorgeschlagen. Auch da haben wir ja mittlerweile Beträge aufgerufen, wo wir den Ausgleich Großbritanniens fast vollständig allein übernehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein großes Land wie Großbritannien tritt aus der EU aus und Deutschland übernimmt die Kosten. Also auch das sind Dinge, die zurückgefahren werden müssen. Migration ist, wie gesagt, erwähnt worden, da reden wir ja mittlerweile von Milliardenbeträgen, die überhaupt nicht mehr klar definiert werden können und auch aufgezeigt werden können, weil die Kommunen zahlen, die Länder zahlen, der Bund zahlt, eigentlich weiß niemand, wie viel wir aktuell dafür ausgeben. Ich lese jeden Tag unterschiedliche Zahlen, eine verlässliche Gesamtzahl gibt es nicht. Das ist Aufgabe des Finanzministers. Also von daher diese Ausgaben, Einnahmen, die jeder Volkswirt und die jeder Handwerksmeister jeden Tag auf den Tisch hat, die muss auch die Bundesregierung endlich an den Tag legen und nicht mit neuen Sondervermögen kommen, was Sonderschulden sind, was ja mittlerweile auch der Bundesrechnungshof stark kritisiert, wie hier mit Geld, mit Staatsgeld, mit unserem Steuergeld umgegangen werden. Also das ist natürlich eine klare Forderung auch an den Finanzminister. Und zur Wahl, ja die nächsten Landtagswahlen, um das vielleicht kurz zu sagen, wir wollen natürlich auch in Bayern und Hessen als starke Opposition einziehen und mittlerweile erkennen die Bürger, und das sind ja auch die Wahlumfragen, die es im Osten gibt, und das ist völlig klar, dass selbst, und das muss auch der Wähler wissen, auch die Ansprache an den Wähler, wer CDU wählt, wählt die aktuelle Regierungspolitik weiter, weil die CDU als Koalitionspartner die Grünen zum Beispiel nicht ausschließt. Und mit den Grünen wird diese Deindustrialisierung, wie wir sie jetzt erleben, und auch der FDP, wird fortgesetzt. Und das muss der Wähler wissen, deswegen kann es nur eine Alternative geben für die Wähler, auch in Bayern und in Hessen, die AfD zu wählen, um hier, wie gesagt, diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Sie haben ja gerade schon die Umfragewerte angesprochen und auch die Landtagswahlen. Mich würde interessieren, was Sie dazu sagen, zu diesen Umfragewerten. Und meine zweite Frage ist, was sind Ihre Ziele, speziell für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen? Ja, ich kann das kurz noch ergänzen, also um das auch nochmal deutlich zu sagen, wir freuen uns über diese Umfrageergebnisse, das ist für uns ganz klar. Was aber uns wirklich am Herzen liegt, und das bitte ich dann auch wirklich mal mit zu überbringen, ist, dass es uns um Deutschland geht. Wir wollen, dass es Deutschland besser geht, dass die Wirtschaft nicht abwandert. Denn wenn die Industrie, wenn der Mittelstaat verschwindet, dann werden wir uns auch diesen Sozialstaat, der sowieso ausgeufert ist, nicht mehr leisten können. Und dazu sind wir bereit, mit allen anderen Parteien auch zu sprechen. Ja, auch wir sind in einigen Punkten kompromissbereit, auf die Details möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber insgesamt ist für uns Deutschland auch die Interessen der Bürger, auch die Interessen des Mittelstandes und der Wirtschaft stehen im Vordergrund. Deswegen freuen wir uns auf die Umfrageergebnisse aktuell, die es aus Sachsen und aus anderen östlichen Bundesländern gibt. Aber ich sage ganz ehrlich, da ist auch die gläserne Decke noch nicht erreicht. Wir wollen, und das habe ich immer gesagt, nicht bloß Volkspartei im Osten sein, sondern auch in den alten Bundesländern. Aber wir wollen natürlich, dass gerade mit uns oder ohne uns eine Politik nicht mehr machbar ist. Und das sieht aktuell in Umfragen so aus. Da wurden wir noch vor einem Jahr belächelt. Und ich denke, dass immer mehr Bürger aufwachen, ich sehe das selbst, dass immer mehr mittelständische Unternehmer, Bauunternehmer, Handwerker mittlerweile wissen, dass eine FDP zum Beispiel als alte Mittelstands- und Industriepartei nicht mehr in der Lage ist, die Interessen dieser Klientel abzudecken, sondern nur noch die AfD. Sie ist überflüssig. Also die FDP macht sich überflüssig. Niemand braucht so eine Partei. Das vielleicht dazu. Und nochmal zu den Umfragewerten in Sachsen. Darum habe ich das nochmal aufgeführt. Eine Brandmauerdiskussion, vor allen Dingen in Sachsen, in den ostdeutschen Bundesländern, von Seiten der CDU, ist undemokratisch. Sie schließt Millionen von Wählern aus, wenn man nämlich bedenkt, dass die AfD als stärkste Kraft mit dem Juniorpartner CDU im Osten nämlich zwei Drittel der Wähler bindet. Wir haben eine Zweidrittelmehrheit. Die Menschen wollen zu 66 Prozent rund, zu zwei Dritteln eine bürgerliche, vernunftorientierte Politik. So, und das werden sie auch wählen. Und das wird noch eindeutiger nächstes Jahr, wenn wir dort in die Landtagswahlen gehen. Es ist für Friedrich Merz nicht durchhaltbar, diesen Kurs der Brandmauer fortzuführen. Da gehen ihm die ostdeutschen CDU-Funktionäre alle auch völlig zurecht von der Stange. Und das will ich mal sehen, was das dann für ein Theater wird. Friedrich Merz tut gut daran, auf die Wähler zu hören und vor allen Dingen auch auf seine eigene Partei und vor allen Dingen auch das Chaos, was das zutage fördert, zu beenden. Und das haben wir erstmalig im Abgeordnetenhaus Berlin gesehen, wo der Wegner die ganze Zeit der CDU-Kandidat, der im Übrigen mit AfD-Position Wahlkampf gemacht hat, nachher koaliert er da mit den Grünen. Und ja, nein, nein, also nicht, das war ein falscher Versprechen, weil er eben die Grünen-Position mit übernommen hat. Also in dieser Koalition, in der Großen Koalition hat die CDU den grünen Part übernommen. Und damit machen sie sich dann natürlich komplett unglaubwürdig. Und wir haben als AfD im Abgeordnetenhaus in Berlin dafür gesorgt, dass er überhaupt Bürgermeister geworden ist im dritten Wahlgang. Also den hat noch niemand gewählt, der wäre doch durchgefallen. Auch hier ist die AfD als ordnende Kraft eingetreten, dass sich so einer überhaupt noch halten kann. Also strategisch gesehen kann die CDU einfach nur noch verlieren, wenn sie nicht mit der AfD koaliert. Das ist die einzige aus meiner Sicht strategische Option, die die CDU überhaupt für eine Regierungsfähigkeit langfristig hat. Ja, ich würde noch ganz kurz nachfragen. Marie Landes, MDR, ARD Fernsehen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Für die CDU wäre das die einzige Möglichkeit, mit der AfD zu koalieren. Mit wem wollen Sie denn regieren? Denn Sie brauchen ja andere Parteien, um zu regieren. Das Naheliegendste für uns ist natürlich die CDU. Aber wenn es dann soweit käme, was ja auch rein hypothetisch ist, dann werden wir natürlich Gespräche mit mehreren führen. Also die Erstanlaufstelle ist die CDU. Und die CDU tut gut daran, diese unsägliche, undemokratische Brandmauer-Diskussion zu lassen, weil die Mehrheiten ja für eine bürgerliche Politik da sind. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht ergänzend dazu, dass wir auf die aktuellen Umfragen aus Sachsen mal rekurrieren und sich die anschauen genau. Und wenn ich mir die kleineren Parteien anschaue, angefangen von der SPD, von den Grünen, auch von der FDP, die ja in Sachsen überhaupt keine Rolle spielt, kann es durchaus sein, dass drei Parteien, oder beziehungsweise die drei genannten Parteien, überhaupt nicht mehr im nächsten Landtag vertreten sein werden. Und dass es am Ende vielleicht eine Zweierpartei im Parlament gibt, oder ein Dreierparlament vielleicht noch mit den Linken versprengten. Also von daher kann es durchaus sein, und da fehlen nicht mehr viele Prozente, dass wir in Sachsen zum Beispiel gar keinen Koalitionspartner bräuchten. Also auch das muss die CDU wissen. Und das wird auch unser Anspruch im Wahlkampf sein. Wir wollen klar dort gewinnen. Und wir halten, wie gesagt, auch dort die einfache Mehrheit für möglich. Und damit haben wir im Prinzip die Option, Sachsen zum Besseren zu verwandeln. Davor haben ja im Übrigen alle anderen Parteien Angst, dass die AfD in Regierungsverantwortung, wie wir in unserem Sofortprogramm hier auch aufgeführt haben, zum Wohle der Industrie, der Wirtschaft, auch der Menschen, der Rentner, der Familien sofort Politik machen. Dass sich endlich eine Politik in der Weise in diesem Land wandelt, die zum Wohle aller und vor allen Dingen spürbar für die Bürger was verändert. Diese Bundesregierung, die aktuell 80 Prozent der Bevölkerung schlechte Politik nachweisen, 80 Prozent, so hoch gab es, also ich kann mich nicht erinnern, dass die Unzufriedenheit mit einer Bundesregierung jemals so hoch war. Das ist seit 100 Jahren der höchste Wert. Diese Bundesregierung hat fertig. Da kommt nichts mehr. Herr Kumpalla, wenn ich nur zum Letzten, was Sie gerade gesagt hatten, noch mal nachfragen dürfte, das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Bundesregierung die nächsten zwei Jahre nicht mehr übersteht. Ja, wenn ich jetzt die Ergebnisse aus Meseberg höre, wo man im Prinzip wieder über Subventionen und irgendwelche Erleichterungen dahingehend nach, also die wirklichen Kernprobleme sind ja nicht angepackt worden. Und heute schreibt die, oder äußert sich die FDP, sie möchte zurück zur Kernenergie. Also was ist das für eine Regierung, der eine Koalitionspartner, Frau Lang, sagt, das geht überhaupt nicht, es werden die Kernkraftwerke nicht eingeschaltet, die FDP möchte das. Das ist doch keine Koalition, die in irgendeiner Weise das Land voranbringen will, wo wir alle wissen, wir brauchen den Energiemix, wir brauchen Kernenergie. Das sind die ersten Punkte. Bei der Migration passiert gar nichts. Frau Faeser verweigert sich, ich habe es ja eingangs bereits erwähnt. Also alles Dinge und Themen und auch die Preisentwicklung, wenn ich die Strom- und Gaspreise sehe. Wo erkenne ich sofortige und sofortige, darum geht es ja, deswegen heißt es ja auch Sofortprogramm, Dinge, die der Wirtschaft sofort Entlastung bringen. Weil mit Kurzarbeit, das müsste auch Herr Habeck wissen, er weiß es nicht, mit Kurzarbeit kann man eine Firma nicht lange aufrechterhalten, dann schlittert man ganz schnell in die Insolvenz, aber das weiß er ja nicht. Ja, also eine Unternehmung kann ja auch einfach aufhören zu produzieren und braucht nichts mehr zu verkaufen. Da ist diese Firma noch lange nicht insolvent. Also das geht alles und ja, das ist, ich muss mich wirklich wundern, warum auch sowas teilweise auch medial nicht deutlich stärker aufgegriffen wird. Diese Fehler auch, diese inhaltlich-fachlichen Fehler dieser ganzen Politikerriege, die dürfen ja sagen, was sie wollen, ohne unterbrochen zu werden. Unser Eins kann teilweise in Interviews und Satzen nicht mal zu Ende reden. Darum finde ich das ja auch so schön, dass wir heute eine Pressekonferenz haben. Aber wenn vor Jahren so eine Annalena Baerbock, die ja so gehypt wurde, dann zweimal hintereinander anstatt Kobalt Kobold sagt und nicht mal unterbrochen oder korrigiert wird, hey, was ist da eigentlich los? Also hat das noch irgendwas mit einem qualifizierten Fachjournalismus zu tun? Also ich weiß es nicht. Also da auch mein Appell, dass sie das eigentlich deutlich stärker auch aufgreifen, wenn solche Fehler auch passieren. Doch das, was ja jetzt im Wirtschaftsministerium mit der ganzen Vetternwirtschaft da vor sich gegangen ist, das musste ja erst, glaube ich, Tichys Einblick oder irgendwie so eine kleinere Zeitung da aufgreifen, was überhaupt was bewegt hat. Also es ist doch ein Megaskandal gewesen. Der Mann, der hätte schon längstens zurücktreten müssen. Und was die Fäser hier macht, also eine SPD-Innenministerin, die einfach ihr Amt nutzt, um missliebige Kollegen oder Parteikollegen oder sonst irgendwen abzuhören, das darf man doch gar nicht machen. Das ist ein Amtsmissbrauch. Oder eine SPD-Innenministerin, die den CDU-Verfassungsschutzpräsident anweist, die politische Konkurrenz zu diskreditieren. Das gibt es in keinem anderen Industrieland, so ein Konstrukt. Das ist zutiefst verfassungsfeindlich aus meiner Sicht. Und auch hier würde ich mir zukünftig deutlich mehr Aufklärungsarbeit wünschen, was hier eigentlich mit der Demokratie in Deutschland, mit dem Einhalten verfassungsrechtlicher Prinzipien, wie es darum gestellt ist. Nämlich aus meiner Sicht nicht so gut. Und das gehört deutlich korrigiert und auch klargestellt. Und das ist ihre Aufgabe. Ich hätte noch zwei Fragen gesehen. Sie sprachen vorhin kurz über die Apparatur von Nord Stream 2 und wieder in Gangsetzung. Was wollen Sie überhaupt? Was hätten Sie überhaupt mit den Sanktionen vorgegeben in Russland? Ja, das ist ja eine Grundforderung unserer Partei, dass die Sanktionen, das zeigt sich ja mittlerweile immer mehr, dass die Sanktionen nicht Russland schaden, die im Übrigen ein Wirtschaftswachstum von 2,5 bis 3 Prozent aktuell aufweisen. Also so viel zu Sanktionen, die in irgendeiner Weise was bewirkt haben. Sie schädigen, und das ist ja nun sichtbar, die EU, aber natürlich hauptsächlich Deutschland selbst. Und deswegen müssen natürlich die Sanktionen aufgehoben werden. Diese Grundforderung ist klar. Und die Reparatur von Nord Stream 2 im Übrigen ist ja noch intakt. Die Ermittlungen laufen ja, auch das ist im Übrigen ein Skandal, wie langsam und wie überhaupt hier tröpfchenweise die Informationen, auch vom Bundeskanzler Scholz, der recht frühzeitig sich festgelegt hat, wer den Anschlag verübt hat. Mittlerweile sprechen selbst die Geheimdienste klar davon, dass man fast Russland ausschließen könne als Anschlag, als denjenigen, der den Anschlag ausgeübt hat. Also diese Dinge müssen natürlich gerade um die Energie, die in Deutschland benötigt werden. Im Übrigen, das ist ja Gas, was auch gefordert wird von der Industrie. Wir brauchen aktuell 50 Gaskraftwerke in Deutschland, um die Grundlast wieder zu erzeugen. Und damit braucht man natürlich auch zukünftig Gas. Und das kann man nicht mit LNG, mit teurem, dreckigem LNG zustande bringen. Die Preise erleben wir. Also von daher ist diese Forderung nur folgerichtig. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir wieder in Zukunft, in friedlichen Zeiten, so hoffen wir alle, auch Gas aus Russland beziehen können. Das ist eine Forderung, die nicht bloß ich habe, die über Parteigrenzen, zum Beispiel von dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU, ebenso genannt wird. Und ich denke, das ist auch eine Forderung, die dem gesunden Menschenverstand entspricht. Sie sprechen gerade von friedlichen Zeiten, aber es ist ja Krieg. Wie denken Sie, dass der Krieg beendet wird? Ja, indem man sich endlich, und ich meine, die ersten Annäherungen gibt es ja, auch in Form von Herrn Erdogan, der dort wieder auch von den USA ein Stück weit mit als Friedenstifter eingebracht wurde, dass man zur Diplomatie kommt und dass man sich endlich an einen Tisch setzt. Ich denke, es ist genug Blut vergossen worden. Es sind genügend Soldaten gestorben, auf beiden Seiten sinnlos gestorben, ganz klar. Und dass man endlich zu einer friedlichen, diplomatischen Lösung kommt. Denn mit weiteren Waffenlieferungen, übrigens auch mit Marschflugkörpern der Sorte Taurus, was die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt, dass man damit zumindest keinen Frieden schaffen kann. MDR Thüringen. Sie haben ja jetzt in Ihrem Aktionsprogramm vorwiegend bundespolitische Themen angesprochen, Migration, Energie, Klima. Mich würde mal interessieren, wie Sie auf Landesebene jetzt bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen und auch in Thüringen punkten wollen. Was sind dort Ihre Themen, die Sie sozusagen durchbringen wollen? Oder sagen Sie, es läuft auch mit Bundespolitik so gut, dass wir uns da jetzt gar nicht drum kümmern müssen? Es ist ja der Punkt, Landespolitik und Bundespolitik in Gänze auseinanderzuhalten, ist ja sowieso schwierig. Alle das, was in Berlin beschlossen wird, diese Aktionen und beziehungsweise auch diese Dinge erleben ja die Bürgermeister, die Landräte, was innere Sicherheit angeht, was Grenzschutz angeht, eben am eigenen Leib in den Kommunen. Und damit ist natürlich Landespolitik und Bundespolitik in Einklang zu bringen. Und wenn Forderungen der Landräte kommen, die kommen ja wie gesagt parteiübergreifend, sichert die Grenzen, so geht es nicht weiter, dann muss die Bundesregierung reagieren. Also wird diese Forderung natürlich auch auf Landesebene von unserer Seite auch weiterhin gefordert werden. Bildungspolitik ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was landespolitisch ist, wo wir ganz klar sagen, die Ideologisierung in den Schulen muss aufhören, die Bildung muss wieder in den Vordergrund gerückt werden. Nehmen wir mal ein Beispiel Sachsen, wenn auf 100 Lehrer, die die nächsten Jahre in Rente gehen, nur 50 neue Lehrer nachkommen. Und das wird die nächsten Jahre sich fortsetzen. Also die Hälfte der Lehrer kommt wieder bloß zurück oder wird neu eingestellt. Dann haben wir ein riesiges Problem auch in Zukunft. Aktuell schon ein riesiges Problem. Und bilden uns noch ein, die aktuellen Migranten mit Deutschkursen zu versehen, wo wir nicht mehr für unsere eigene Bevölkerung, für unsere eigenen Kinder Lehrer haben, wo Schulausfälle und Stundenausfälle an der Tagesordnung sind. Und das sehen wir dann an den Zahlen, mit welcher Bildung und welchen Bildungsabschlüssen die Kinder und Jugendlichen die Schule verlassen. Oder auch was Berufsausbildung und Studium angeht, wo wir eine riesige Zahl von über 2 Millionen Jugendlichen haben, die keinen Schul- oder Studienabschluss haben, beziehungsweise Berufsabschluss. Das sind die Fachkräfte, die im eigenen Land schon sind, die wir liegen lassen. Landesthemen, die wir damit auch besetzen wollen. Also Landespolitik, ein landespolitisches Thema, aber viele Dinge werden ja nun mal in Berlin entschieden und nicht in Dresden oder in Erfurt. Wie geht man jetzt damit um? Also viele Entscheidungen nehmen ja wirklich davon, was eine Bundesregierung macht, und nicht was eine Landes- oder Staatsregierung macht. Ja, aber nochmal, das ist ja genau die Aufgabe auch einer Landesregierung, diesen Druck nach Berlin zu transportieren. Oder auch der Landräte, die das ja tun, zum Beispiel in Form des Drucks auf die Landesregierung. Dort sind die Probleme greifbar. Dort müssen im Prinzip die Bürger die Politik ausbahnen, die in Berlin gemacht wird. Und deswegen muss es hier diesen Druck geben. Natürlich wäre es uns allen lieber, so schnell wie möglich Neuwahlen in diesem Land, damit diese unsägliche Bundesregierung abgelöst ist. Das ist natürlich klar. Aber solange sich diese Koalition hält, weil sie natürlich weiß, sie ist im Prinzip gezwungen, diese Politik fortzusetzen, wird sich daran leider nichts ändern. Also nochmal, diesen Druck werden wir auch führen. Und wenn es eine AfD-geführte Landesregierung in Sachsen gibt, werden natürlich auch dort, zum Beispiel was Kosten der Migration angeht, Unterbringung, Sachleistung, wir haben es erwähnt, werden sofort auf Landesebene umgesetzt. Das kann man tun. Vielen Dank. Super, danke.